Hallo miteinander. Ich darf euch jetzt zum nächsten Vortrag begrüßen. Marc Petschern wird über das Thema OpenStreetMap schön gemacht präsentieren. Danke Jakob. Hallo zusammen. Eigentlich geht mein Vortrag nicht um OpenStreetMap schön machen, sondern um Daten schön machen. Ich habe aber OpenStreetMap da gestellt, weil ich dachte, das lockt euch sicher hier ein. Ja, OpenStreetMap wieder. Doch geht es um OpenStreetMap, aber hauptsächlich um Daten mit OpenStreetMap darzustellen. Geht das hier? In Form von einem R-Package, das ich neulich veröffentlicht habe, namens OSMplotter. Da gibt es Weblinks da und auch während des Vortrags stehen die auch da, aber man muss eine OSMplotter in irgendeine Suchmaschine eingeben und dann findet man das. Ich nehme an, dass einige hier vielleicht mal bekannt mit A sind. Ist A im Prinzip eine Fremdsprache für alle? Ich gehe davon aus. Also kein Ding. A ist eine Sprache hauptsächlich für Datenanalyse. Okay, OSMplotter. Örste Frage, warum OSMplotter? Weil zum Beispiel bei Foskis in 2012 werden noch ein R-Package vorgestellt. Osmar, das war das erste Werkzeug für A und OpenStreetMap zusammenzuarbeiten. Und während des Vortrags in Foskis 2012, was in Dessau stattfand, gab es zwei Karten. Eine Karte sah so aus. Ja. Okay, noch eine Karte sah so aus. Und das war ein Versuch, Daten mit einer OpenStreetMap-Karte irgendwie zusammenzubinden. Und das war, soweit ich auch weiß, eine die wenige Mähler auf ein Foskis zum Beispiel, dass eine Datenkarte, also mit wirklich Daten obendrauf und ein Werkzeug, um Daten mit einer OpenStreetMap-Karte zu verbinden, präsentiert würde. Okay, das war 2012. Warum OSMplotter? Mein Antwort dazu läutet war, jetzt kann man das machen. Die Daten hier sind genau die gleichen Daten wie in dieser Karte. Ich habe die Daten direkt übergenommen. Die OSM-Daten, da von 2012. Hier sind die aktuell. Aber die Daten sind im Prinzip genau die gleichen. Aber hier nutze ich die OSM-Elemente, um die Daten da einzuordnen. Warum OSMplotter? Weil, ich glaube, das ist okay, das geht. Das ist einfach besser. Technologie hat sich inzwischen entwickelt und jetzt kann man das machen. Kürzer, Entschuldigung, kürzen Umweg. Diese Woche ist Foskis hier. Letzte Woche war, das ist mein Teil, jetzt mein Anti-Werbung für das nicht frei und auf keinen Fall OpenSource Software Bewegung. Letzte Woche gab es ArcGIS User Conference 2016 für Esri und die haben auch Preisen für unterschiedliche Dinge. Unter denen, ich glaube, das ist das Hauptpreis, das ArcGIS Pro Map First Place war dann diese Karte hier. Und dazu würde ich zwei Fragen haben. Ist das eine Karte mit Daten darauf gelegt? Oder ist das Daten mit einer Karte darauf gelegt? Oder ist das irgendwie eine missgelungene Mischung auf beides? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn man sich diese Frage überlegt, denn ich bin der Meinung, dass man ganz schnell klar wird, irgendwie geht das gar nicht. Warum muss man immer die Frage stellen, wie kombiniere ich meine Daten mit der Karte? Wieso nicht einfach die Karte als Daten? Mit ArcGIS ist das nicht möglich. Das finde ich irgendwie... Es ist 2016 Leute, wieso muss ich diese blöde Quadraten als Datenpunkte da haben mit Esri? Ja, nur noch einmal. Das war dann eine Large Format Printed Map-Kategorie. Second Place, Walkability City of Manhattan. Large Format. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie groß diese Dinge sind. Vermutlich wirklich riesig. Und wenn man da schaut, sieht man diese Quadraten. Was haben die mit den Daten oder die Karten zu tun? Nix. Null. Weswegen alle diese kleinen gefarbten Quadraten? Überhaupt kein Grund, außer dass Esri sich irgendeine Entscheidung getroffen hatten. Die Daten sind Quadraten. Wir legen die erstmal, in diesem Fall erstmal offensichtlich unten und die Karte kommt dann oben drauf. Ja. Nochmal, warum OSM-Plotter? Weil das einfach besser aussieht, oder? Ja. Okay. Jetzt zu meinem Vortrag. Es geht ganz einfach um, wie diese OSM-Plotter überhaupt mal funktioniert. In zwei ganz kleinen Teilen Datenzugriff und wie man eine Karte erstellt. Und dann das Hauptteil, wie man Daten drauflegt. Das ist auf Englisch, weil dieser OSM-Plotter ist, wie gesagt, ein R-Package. Und auf dem Haupt-R-Website oder Repository findet man immer sogenannte Vignettes. Und für diesen Package gibt es zwei Vignettes. Eins heißt Basic Maps, eins heißt Data Maps auf Englisch natürlich. Also kann man nachher alle wesentlich mehr Detail über diese zwei Teile da lesen online. Okay. Datenzugriff geht ganz einfach. Das ist alles Overpass-API-Queries. Ich habe so programmiert, sodass man überhaupt kein Kenntnis haben muss, wie Overpass funktioniert. Aber das geht relativ einfach. Man muss Keys und diese Konzepte wissen. Aber sonst nichts. Extract OSM-Objects. Man definiert einfach eine Bounding-Box und dann tippt man, ich möchte alle Gebäude innerhalb dieser Bounding-Box herunterladen. Zack, zack. Und das wäre es. Und was man daraus bekommt, ist in der Welt von A ein Datenformat, das sich dann für sehr viele analytische Algorithmen und alles sonst da einlässt. Das heißt Special Polygon DataFrame. Egal, das muss für euch nichts bedeuten. Heißt aber, dass, weil ich den Building da eingetippt habe, erkennt das sofort, dass ein Building ein Polygon ist. Und man bekommt dann Polygon zurück. In diesem Fall 6200 Axen Polygons. Das Datenzugriff Funktion Extract OSM-Objects insgesamt läuft ungefähr so. Man kann ein Key geben, ein Value. Man kann sogenannten Extra-Pairs auch dazu eingeben. Und alles wird dann direkt als Overpass Query zusammengefasst. Extra-Pairs könnten fast alles sein. Alle, die dann mit Overpass bekannt sind, werden es sofort erkennen. Das ist kein Ding. Einfach ein Gebäude mit die zwei Adressteile. Zack, zack. Dann kriegt man nur dieses Gebäude. Okay, man kann auch keine Gebäude. Das sind alles innerhalb dieser Building Box, das nicht ein Gebäude ist. Negation funktioniert auch. Und auch mit einigen Unterschiede zu was man direkt mit Overpass normalerweise machen kann. Das da. Okay, das war dann mit Ausrufezeichen. Nichts Gebäude. Doppel Ausrufezeichen kriegt man erstmal alles, was nicht in Stamford Street ist. Und für den zweiten alles, was nicht die Nummer 150 trägt. Oder da unten, wenn man nur eine Ausrufezeichen auf die Nummer 150 da einfügt, kriegt man alles, was in Stamford Street Stamford Street ist. Aber nicht nur 150. Da kommt die Frage, ist es denn möglich, alle Gebäude außer 150 Stamford Street da zuzugreifen. Und das geht auch. Man muss nur ein bisschen schlau an die Sache gehen und sagen, erstmal möchte ich alles, was in Stamford Street ist außer 150. Das ist diese erste Extra-Pairs-List oben. Und dann unten, auf dem vierten Teil, kann man fragen, ich möchte alle Gebäude außer Gebäude, die in Stamford Street sind, haben. Und dann hat man Stamford Street außer 150 und alles außer Stamford Street. Man muss die zwei nur zusammenbringen. Und in der A geht das ganz einfach. Und sonst ist alles mit Datenzugriff. Ganz einfach alles nur mit Extract OSM-Objects. Wann hat man das? Oh nein, noch ein Ding. Wie gesagt, das war den Polygons, weil das sofort ein Account hat, dass ein Gebäude ein Polygon ist. Das heißt, dass Polygon tippt man Highway ein und kriegt man sofort wieder Lines. Das ist ein Account, dass ein Highway ein Line ist und es gibt ein Line. Man kann alles möglich da ein Tippen ein TRI zum Beispiel. Ein TRI momentan ist immer noch ein Point in der Welt von OSM. Vielleicht wird das sich irgendwann ändern. Aber kriegt man einfach Points. Und weil es so viele OSM-Leute hier gibt, die werden da sitzen und denken, hey, TRI ist kein Key in OSM. Es gibt einige Keys, die auch direkt übersetzt werden. Wie gesagt, man muss diese Key-Value-System nicht kennen, um das zu nutzen. Man kann einfach TRI eintippen und kriegt man Natur-TRI. Kein Ding. Okay, Teil 2. Basic Maps. Wie erstellt man ein Map? Man fängt an mit einem Basemap, das hat nichts drin, das erstellt einfach die Bounding-Box und wie das Map gestalten sein soll. Und dann nutzt man diese Add OSM-Objects. Hier das ist, was wir dann schon heruntergeladen haben, Gebäude oder sonst was und eine Farbe. Und so diese zwei Teilen hier, das ist im Prinzip wie man ein Map bastelt. Und dann drückt es aus und das sieht so aus. Das sind Gebäude. Und diese Print OSM-Map-Funktion es stellt immer Karten, die genau zu den Bounding-Box proportional gestalten sind, was sonst nicht einfach ist zu tun. Und dann legt man einfach zusätzliche Daten oben drauf. Das sind Gebäude. Das Unterstück H tun wir, ob das den heruntergeladenen Highways ist. Das ist die Reihenfolge. Die Reihenfolge mag etwas aus, weil alle Add OSM-Objects werden dann obendrauf sequenziell gelegt. Also glaube ich habe das. Ja, das sind Gebäude und Highways obendrauf. Und andersrum sieht es so aus. Also es mag doch keinen Unterschied, welche Reihenfolge man diese erstellt. Man kann auch denn andere grafische Parameters da eingeben. Zum Beispiel hier haben wir dat HP. Tun wir als ob das Primary Highways ist. Und das sieht man da. Die sind size equals one. Heißt einfach, dass die sollen dicker gemacht werden. Man kann andere Farben und alles im Prinzip möglich. So eine Basic Map kann man alle grafischen Parameters mal ändern und beliebig erstellen für eine Karte, die so aussieht. Okay. Das heißt Basic Maps braucht man nur Daten. Erstmal OSM-Basemap, Add Objects und Print Map. Ganz einfach. Hauptpunkt Datenmaps. Okay. Datenmaps, wie am Anfang gezeigt, können so aussehen. Wie erstellt man so eine Karte? Es ist im Prinzip nicht schräger als Basic Maps. Man fängt auch wieder an mit nichts. Ein Basemap hat nichts drin. Man muss was da einfügen, um eine Karte überhaupt zu sehen. In diesem Fall gehe ich durch die Schritte, die ich denn programmiert habe, um diese Karte von Dessau zu basteln. Erstmal schmeißen wir die Elbe da rein. Das ist nur ein Vektor. Dann braucht man Daten. Die Daten, die man visualisieren möchte. Die müssen nur, DataFrame ist auch spezifisch, aber im Prinzip ist das nur eine Tabelle mit Koordinaten und dann ein Z. Hier, das heißt Node-Counts aller OpenStreetMap Nodes innerhalb eines Quadrats mit diesen zentrischen Punkten. Also Daten sind ganz einfach. Und dann mit einem Daten, nee, dazu braucht man auch ein Fahrbrüster. Also Regenbogen oder sonst was. Das ist egal. Irgendein Fahrbrüster muss da spezifiziert werden. Und dann Add OSM Surface mit dat-n hier. Das ist dann aller Key equals Natur Teile von OpenStreetMap. Und das sieht dann so aus. Und dann baut man die Map oben drauf mit einfach mehr Add OSM Surface Funktionen. Das war dann Naturflächen. Denn es gibt auch keine Funktion, dass man die Farben ganz leicht verändern kann. In diesem Fall. Ich möchte die Farben 20% dunkler machen, weil ich die Highways denn oben drauf legen möchte. Aber wenn ich das in den gleichen Farbmuster mache, dann sehe ich die nicht. Wenn ein Highway hier oben drauf geht, das genau diese Farbe hat, dann sieht man das nicht. Also kann man die Highways dann 20% dunkler machen. Obendrauf liegen. Sieht so aus. Und Gebäude. Und man kann auch den Add Color Bar da einfügen. Und dann kriegt man an der Seite hier. Sieht man, wie viele Nodes für den Map-Tile da stehen. Und man kann auch geografische Achsen auch da einfügen. Und ja. Das sieht nicht so toll aus hier. Nur weil das eine Vektorgrafik hier ist. Und das ist diese übliche Vektorgrafik, LaTeX. Und normalerweise sieht es so aus mit quasi Transparenz. Aber als Vektorgrafik ist das einfach nicht möglich. Die Karte hier sieht nicht so gut aus. Aber es kann wirklich toll aussehen. Nur nichts als Präsentation mit Vektorgrafik. Egal. Das Ganze von vorne. Wie baut man das auf? Ein Funktion. Add OSM Surface. Add OSM Surface. Add OSM Surface. Also dreimal. Und dann zusätzliche Dinge. Und das wär's. Ganz einfach. Okay. Das war 2012 in Dessau. Jetzt sind wir in Salzburg. 2016. Noch Zeit habe ich. Super. Das ist eine Karte von Salzburg. Auch mit OSM Platter gestellt. Und diese Linien zeigen die Stadtteile von Salzburg. Die Gemeindengrenzen. Wir sind da. In dem Gebäude da. Sieht man das. Und wenn man ein bisschen reinzoomt, dann sieht Salzburg so aus. Das ist einfach ein Basic Map. Eine Standardkarte mit OSM Platter. Und was man dann auch machen kann, dass vorher mit Add OSM Surface war dann für kontinuelle Daten. Man kann einfach eine Oberfläche oben drauflegen. Man kann auch dann kategorische Teile von einer Karte anders gestellten als andere Teile. Zum Beispiel da ist die Stadt Salzburg. In der Mitte da. Und man kann sagen, ich möchte das alles den Grün haben. Und bla bla bla. Und gesamt Salzburg mit aller unterschiedlichen Stadtteilen sieht dann so aus. Und das kann man auch nicht mit ArcGIS machen. Warum auch immer. Aber so schwierig ist das auch nicht. Im Prinzip jetzt braucht man einen als Daten für diese Stadtgemeinde. In diesem Fall. Die Stadtgemeinde definieren. Ist das nur Koordinaten. Wir müssen jetzt sagen, eine Gruppe von Koordinaten hier definieren. Salzburg. Noch eine Gruppe definieren da und da und da. Also so sieht das aus. Und dann Add OSM Groups in diesem Fall. Also Add OSM Surface für kontinuierliche Daten und Add OSM Groups kategorisch. Und dann hat man das. Und mit. Ja und dann wieder die Straßen noch 20% dunkler machen. So dass sie so aussehen. Und wenn man dann mehrere Gruppen hat. Alle Gemeindegrenzen von Salzburg. Dann tut man die einfach aus einer Gesamtliste rein. Da gibt es weiß ich nicht wie viel. 6, 8 Stadtteile. Einfach eine Liste von allem. Und dann auch eine Liste von Farben. Eine Farbe für jede Group. Für jedes Group. Und dann Add OSM Groups. Zack Zack. Und so geht das. Und am Ende hat man die Karte da. Und ja das wäre es ungefähr. Hauptsächlich funktioniert diese ganze A-Package mit zwei Funktionen. Add OSM Surface und Add OSM Groups. Und kann man Sachen basteln, die soweit ich weiß einfach nicht möglich sind mit alle anderen Software Packages. Also OSM Data endlich mal als Data darstellen zu können. Und diesen ganzen Vortrag habe ich, oh nee, ich wollte hier nochmal einen kürzen Vergleich machen mit Esri. First Place. Letzte Woche. Global ArcGIS User Conference. First Place. Und ich finde schon, dass das besser ist. Leider kann ich kein Esri Wettbewerb gewinnen, weil das ist einfach nicht möglich mit ArcGIS sowas zu machen. Aber tja, so ist das. Darum geht mein Vortrag eigentlich. Bitte alle Leute, die möglicherweise interessiert sind, in sowas weiterzuentwickeln. Es steht auf GitHub. Wie gesagt, man muss eine OSM Plotter in irgendeine Suchmaschine eingeben und findet man das ganz schnell. Und dann ein ganz kürzer Schlusswort für 30 Sekunden. Falls Leute OSM Plotter jetzt mal nutzen wollen, werden die ganz schnell herausfinden, dass es wirklich nicht so schnell läuft. Wegen dieser OSM Plotter wird bald noch ein Package namens OSM Data, das ich auch entwickelt habe, verwenden, statt OSM. Und zum Beispiel die Prozessierung von allen Highways in dieser Karte. Der Geschwindigkeitsunterschied ist so, ja, 25 Mal schneller mit OSM Data. Also, bitte nutzt OSM Plotter sofort, aber merken nicht, dass es nicht so schnell ist. Es wird bald deutlich schneller gehen. Also, hilf mir bitte zweimal. Das Wörste ist dann rein A für Leute, die gerne A programmieren, aber OSM Data ist C++ für C++ Programmierer. Man kann die Sprache auswählen und mich trotzdem mal weiterhelfen. Dankeschön. Vielen Dank, Mark, für den interessanten Vortrag. Sehr faszinierend, wie leicht man sozusagen mit OpenStreetMap jetzt Karten erstellen kann. Und gibt es vom Publikum Fragen oder Kommentare? Ich habe die Frage, wenn jetzt etwas runterlädt, was sowohl Punkte als auch Linien sein können, funktioniert das auch noch? Nein. Momentan nicht so gut. Aber mit OSM Data, dann kann man das doch, da kann man sagen, ich möchte das herunterladen als Overpass Query und davon Punkte bekommen. Obwohl, was ich heruntergeladen habe, ist Highways oder sonst was. Oder man kann sagen, ich möchte alle Bäume herunterladen, aber Polygons bekommen. Zum Beispiel. Das ist dann möglich. Also noch nicht, aber man kann, also diese Karten hier zum Beispiel habe ich dann ganz einfach mit OSM Data alle Daten erstmal herunterladen und dann mit OSM Plotter erstellt. Das geht auch ganz einfach. Mit OSM Data, dann kann man das schon. Du hast jetzt nichts zu Koordinatensystemen gesagt. Deine Darstellungen waren alle in regulären Länge, Breite geht das, soweit ich gesehen habe. Kannst du da nur ein paar Worte zu sagen? Ja, dank deinem Vortrag würde ich auf jeden Fall feststellen. Ich glaube schon, dass es ganz einfach ist, die Koordinaten umzustellen. Das habe ich zum Beispiel mit diesen Gemeindegrenzen von Salzburg, die sind in dieser komischen Lokalprojektion. Und das war kein Problem, das dann umzustellen. Also ich weiß, dass es in R verschiedene Koordinatensysteme in einem anderen Zusammenhang gibt. Also wahrscheinlich gibt es da Möglichkeiten, das direkt einzubinden. Ja, das gibt es. Es ist noch nicht festprogrammiert als Teil von OSM Plotter. Aber jeweils im Prinzip für OSM ist und OSM, also momentan ist das festprogrammiert, das OSM Projection zu nutzen. Vielleicht eine kurze Frage. Es gibt ja diese Bibliothek OSM, die auch eine C++-Bibliothek ist, um mit Daten zu arbeiten. Inwiefern unterscheidet sich OSM Data von dieser Bibliothek? Das ist der Hauptzweck hier. OSM Data. Im Prinzip nicht. Es ist nur leicht. Es ist so ein OSM Lite. Und ich hatte am Anfang versucht, OSM umzuprogrammieren, explizit für A. Aber OSM ist einfach eine Riese. Und es ist so schön programmiert. Aber es ist nicht für irgendeine Zwecke ganz leicht, das so irgendwie abzulenken. Und ich habe alles einfach von vorne wieder angemacht. Also in OSM zum Beispiel ist, keine Ahnung, vier Millionen oder so Zahlen von Code. Und das hier ist, OSM Data ist einige Tausend. Es ist einfach deutlich leichter. Aber. Okay. Für eine Frage wäre es noch Zeit. Für eine Frage wäre es noch Zeit, wenn jemand. Okay, dann bedanke ich mich nochmal bei Marc und beschließen wir den Vortrag. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020